Willkommen zurück zu Rocket League, bitte mal länger. Ja, und das ist bei der blödsten Map vom ganzen Spiel. Es regnet. Das heißt, es lag. Und das heißt, ich hol den Ball, ja? Und das heißt, ich hab einen Nuller-Ping. Ich bin ein Porten-Mama. Rechts bist du das? Also bei mir lecken schon richtig. Ja, ist auch der Gegner. Vertraue nicht auf die Gegner, mach dein eigenes Ding, Kevin. Den hab ich. Sehr gut. Oh nein, ist der drinne? Nicht. Ist er. Lol, die Gegner, ey. Hast du das gesehen? Sag doch, der ist drinne. Glaub mir doch. Glaub mir doch, Mama. War meine Vorlage übrigens, ne? Fück, der ist so inkompetent. Boop. Wen bin Spimmer denn gegen Profi? Du. Du. Oha. Ui. Der ist schön gebluten. Ah, ich kann grad nicht kommen, ne? Kevin! Oh, diese Legs! Das... Ich kann nichts dafür! Aua. Okay, der Ball wurde jetzt gerade abgewirkt. Kann ich sein, dass ich voll in der Vergangenheit schwöre. Ja, könnte sein. Alex! Da ist doch schon längst in der Mitte! Was machen du? Hä? Kevin! Lass mich einfach machen, ja? Baller! Ach nee! Nee! Nice! Dass er ihn nicht reingemacht hat, wundert mich! Oh Gott! Er hatte doch jetzt alle Zeit der Welt, ihn reinzustupfen! Ja, hat er auch! Ja, die spielen zusammen und ich schätze mal der eine hat gesagt, lass ihn bitte! Meinst du? Ja? Na ja, sonst hätte er ihn doch reingemacht! Oh nein! Ah! Mach den einen weg! Nee, ich lerne auf den Ball! Ja, aber ich... Holst du ihn? Ja, ja! Mach doch schon! Machst du ihn in die Mitte? Nein! Nee, ich bin leider noch vorbei gefahren! Oh Gott! Scheiß Gegner, ey! Wo ist der immer mit mir kuscheln, ey? Ich bin nicht schwul! Ich bin nicht schwul! Was hast du gerade gesagt? Ich bin nicht schwul! Ey! Das war sowas von meiner, ne? Klotz mir noch das Tor! Ja, Feuer ist so richtig drin, ne? Gott, ich hab's mir selbst vorgelegt, weißt du? Was macht der Kevin? Ich hau den einfach rein! Ja, Mama! 2 Tore! Hallo, Jenny! Ich hab ihn noch bewirrt! Oh oh! Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist! Los! Hilfe! Alles gut! Alles gut! Ich wollte mir nur das Nitro schmecken! Ja, dabei kommt die Mitte übrigens! Nein! Nein! Hab ich! Warte, lass! Ja! Nach hinten geschleudert! Kevin! Danke! Danke! Boah! Diese Legs, ey! Ich hätte den Ball beinahe nicht getroffen! Oh! Danke! Der hat ihn noch mal reingestupft, gell? Ich hab ihn reingestupft! Ui! Nein, mein, der Gegner noch mal zurück! Hast du gesehen? Ja, und dann fährt er dran vorbei! Guck mal, will ich noch ein Schuss rein! Neee! Du, ne? Ja! Aber ist voll krass! Obwohl du 2 Tore hast, hab ich trotzdem mehr Punkte als du! Naja, vielleicht wegen den Rettungen und Ballberührungen! Ja, Ballberührung bringt 5! Ah ja! Ja, aber ich hatte auch noch ein Tor, ja! Der eine hat einen 228er Ping! Hatte! Er hatte eine! Da wolltest du mir ja schon wieder das Tor snacken, hä? Neee! Du! Achso, ich habe auch Vorlagen deshalb! Nein, ist der drinne! Wie ist denn der geflogen? Der war wunderschön, Kevin! Ja, wie ist denn der Gegner geflogen? Er hat einen Fallrückzieher gemacht! Ui! Kevin, der war wunderschön! Ja! Und du machst es jetzt auch! Nee, bei mir kommt der Gegner wieder! Ja, bei mir auch, aber der Gegner war nur zu langsam! Oh Gott, wie wurdest du ihn gequält? Crash! Ja, sah ganz lustig aus, ne? Hä? Connection-Lords-Probleme, ja geil! Das sah bei mir, als ob ich den bald bei mir rein gemacht hätte! Danke, ey, die scheiß Connection hier! Ja, das war genau bei der Winkel! Ja, das war genau bei der Winkel! Ich sag, die Lacks sind so, so widerlich! Überspringen! ... Dabei war er gar nicht mehr bei mir! Wo ist er denn jetzt? Bei unserem Tor! Alter Kann nicht so fahren Du hast einen 4er ping Ja Schon Aber es lag Wegen der scheiß Smaps Oh, da geht rein Nein, auch fast Bringt ich die Mappe vorbei So, reinspiel uns, ich bin Level 22 Und du? Ja, ich brauche noch 2, glaube ich, damit die Level 20 bin Boah, dann bist du Profi Der ist drin, ey Du holst ihn, ne? Hä? Du holst ihn, ne? Ja Ey, wenn wir bei Profi sind, dann haben wir gute Chancen, gegen German Spade anzutreten ? Ja